Eine perfekte Hausfrau bricht alle Regeln. Ich fühle mich so frei. Willkommen zu unserer Show Desperate Housewives. Heute sind unsere Kandidaten Rosa Rodriguez, unsere spanische Diva, Michelle Rogers, unser naives Blondchen und Lady Lilian Redford, Miss America 2019 und eine Frau eines Millionärs. Schaut euch nur ihren Fächer an. Faltet ein quadratisches Stück Plastik zu einem Fächer. Befestigt es mit einem Hefter und schneidet den Überschuss ab. Klebt den Fächer auf einen Kunstnagel. Bestreicht den Nagel mit Permutfarbe. Und dekoriert ihn mit Perlen. Dieser Fächer ist mein Glücksbringer. Und jetzt, meine Damen, müsst ihr eine Karte mit der ersten Aufgabe ziehen. Lasst die Spiele beginnen. Oh nein! Was ist das für eine Karte? Michelle ist zufrieden mit ihrer Aufgabe. Abwaschen? Toll! Und was haben die anderen? Ein Staubwedel. Und eine Saugglocke? Hört sich nicht so toll an. Hör zu! Rosa wird im Fernsehen keine Saugglocke berühren. Du musst etwas dagegen tun. Reg dich ab, Rosa. Siehst du? Ich erledige die Aufgabe. Schneidet einige Borsten von einem Staubwedel ab. Beschichtet einen Plastikstab mit Kleber. Und befestigt die Borsten am Ende des Stabs. Drückt es mit den Fingern an. Und schneidet den Überschuss ab. Klebt Borsten in verschiedenen Farben so auf, dass sie sich überlappen. Deckt das Ende der Borsten mit einem Stück Strohhalm ab. Schneidet das Ende des Sticks ab. Macht zwei Schnitte auf einem Kunstnagel. Biegt ein rechteckiges Stück und schneidet es ab. Trag Kleber auf das Ende des Sticks auf. Und steckt den Nagel in die Schnitte. Willkommen zu unserer Nagelshow Desperate Housewives. Schaut euch an, wie Rosa und Lilien sich zoffen. Oh, das ist echt spannend. Rosas heißes Blut gewinnt. Sieh mal, was ich hab. Was ist denn hier los? Tauscht ihr Karten? Also bekommst du meine Saugglocke. Und ich nehm mir einen Staubwedel. Denkt also daran. Rosa gibt niemals auf. Der Abwasch ist ein Kinderspiel für eine echte Hausfrau. Äh, was ist das? Dieser Schwamm ist wohl schon seit Jahrzehnten hier. Ich brauch einen neuen, frischen Schwamm. Ist denn kein anderer hier? Dann helfen mir meine Nägel. Schneidet ein Geschirrspülschwamm in kleine Stücke. Klebt die kleinen Schwimmer auf die Nägel. Mit diesen Nägeln ist Geschirrspül super einfach. Gute Arbeit, Michelle. Was für eine geniale Lösung. Sauberes Geschirr und schöne Nägel. Du bist eine perfekte Hausfrau. Arme Lady Lilian. Sie muss die Toilette mit ihren perfekten Nägeln reinigen. Schneidet ein Stück von einem Essstäbchen ab. Entfernt das Gummiteil von kaputten Kopfhörern. Steckt das Stäbchen in das Loch und benutzt Heißkleber. Klebt die Mini-Saugglocke auf ein Kunstnagel. Und bestreicht den Nagel mit weißem Nagellack. Lilian, du musst mutig sein. Das ganze Land schaut zu. Du kannst es schaffen. Es sieht so aus, als hätte unsere Prinzessin die Toilette getroffen. Rosa macht eine klassische Pizza nach dem Rezept ihrer Oma. Aber es gibt ein Problem. Sie muss etwas Käse reiben. Aber es gibt keine Reibe. Aber nichts kann diese Hausfrau aufhalten. Na, warte, du hinterhältiger Käse. Halt! Du kannst meine Nagelreibe benutzen. Schneidet eine Mini-Reibe zurecht. Biegt die abgeschnittenen Enden mit einer Zange. Und klebt die Reibe auf ein Kunstnagel. Oh, Michelle, du bist ein Engel. Du kommst gerade noch rechtzeitig. Der Käse für meine Pizza muss mit Liebe gerieben werden. Dein Nagel ist perfekt dafür. Ich schulde dir was. Als Dankeschön kannst du das leckerste Stück meiner fantastischen Pizza haben. Lady Lillian hat einen perfekten Hotdog für unsere Show gemacht. Das ist ein Fastfood-Meisterwerk. Rosa, gib mir bitte die Ketchup-Flasche. Leider haben wir kein Ketchup mehr. Echt? Was für ein Pech. Wer hat denn den ganzen Ketchup benutzt? Das werden wir nie rausfinden. Und was soll jetzt Lillian machen? Sie wird ihre persönliche Markt anrufen. Hier sind deine Ketchup-Nägel. Bitteschön. Malte den Deckel einer kleinen Plastikflasche mit weißem Nagellack an. Füllt Ketchup ein. Und bringt ein Mini-Ketchup-Etikett an. Entfernt die oberste Schicht von einem Kunstnagel. Mit einem Nagelpolierer. Und macht eine kleine Vertiefung. Befestigt die Flasche. Bestreicht den Nagel mit rotem Nagellack. Mit dieser kleinen Flasche habe ich genug Ketchup für mein Hotdog. Und der perfekte Hotdog ist fertig. Lady Lillian hat also doch noch einen Ausweg gefunden. Rosa liebt Seifen-Opan. Oh, seht ihr das? Diese Beine konnten sich 300 Folgen lang nicht sehen. Und sie hat gerade ein Baby bekommen. Und ihr Gedächtnis verloren. Das ist zu viel für mich. Wer ist das denn? Ist das ein Baby? Oh, wie süß. Puh, es stinkt aber. Komm her. Ich werde deine Windel wechseln. Weine mich. Schlaf. Und ich werde dir mit meinen Rasseln helfen. Übertrag Perlen und Dekorationen in Plastikkugeln. Bord kleine Löcher in die Nägel. Und hängt die Anhänger an die Nägel. Fügt auch kleine Glocken und Dekorationen hinzu. Diese magischen Nägel mit Rasseln beruhigen jeden. Sowohl Babys als auch Rosa. Sogar Michelle ist eingeschlafen. Was für eine tolle Erfindung. In der Nagelshow des Buried Housewives findet ein Waffenstillstand statt. Ihr müsst zusammenhalten. Oh, wer weint denn? Michelle, was ist passiert? Was ist denn los? Ist jemand gestorben oder was? Mein armer Nagel. Der war doch noch so jung. Wie konnte das passieren? Michelle, das ist doch nicht so tragisch. Meine Nagelfeile wird dir helfen. Schneidet ein Stück einer Nagelfeile ab. Rundet es mit einer Schere ab. Und benutzt danach eine Nagelfeile. Klebt die Pfeile auf einen Nagel. Macht ein paar Nägel mit Nagelfeilen. Das ist mega praktisch. Lady Lillian kann jeden gebrochenen Nagel oder jedes gebrochene Herz reparieren. Ich möchte auch eine schnelle Maniküre. Michelle will eine leckere Überraschung zubereiten. Was kocht sie denn? Michelle verrührt Eier mit ihrer Maniküre. Sie hat immer einen kleinen Schneebesen an ihrem Nagel. Wickelt ein Stück Dünndraht um einen Marker. Er stellt eine längliche Schneebesenform. Biegt die Enden mit einer Zange. Verbindet einige Teile so. Und formt ein Schneebesen. Schneidet dann den Überschuss ab. Klebt den Schneebesen in ein Röhrchen. Befestigt das Rohr am Nagel. Und bestreicht den Nagel mit silbernem Nagellack. Klebt den Ringrohling auf eine kleine Plastikschüssel. Mädels, diese Leckereien sind für euch. Oh, das ist aber süß. Und die Gewinnerin unserer Nagel-Challenge ist Michelle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann endlich wieder ich selbst sein. Nehmt das, Rewine. Das habt ihr verdient. Michelle. Oh, das ist wohl ihr wahres Ich. Rosa vergisst nicht. Und sie vergibt nicht. Wie konnte sie das tun? Ich fand sie echt nett. Bis zum nächsten Mal, Hausfrauen. Wie fandet ihr unsere Nagel-Show? Schreibt uns, welche Hausfrau den Sieg verdient hat. Rosa? Lilian? Oder Michelle? Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch ein Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dannться?」 Auf kinder Philipp. Und ein dusty-�ativo. diamonds zu sein. times war es ab. Und wie continuity. Oder nein,직ihn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.